Einer von den Bösen. Schieße. Durch meine Hand gefesselt. Wie machen wir meine MG in die Hand? Okay, ich bin bereit. Die Himmelbarn auf. Lage nach. Wir haben diesen Squad ausgelöscht. Mörtel verstärkte Deckung. Neuer Kehlspitzenhalter. Da haben wir uns ja als richtige geile Stecher bewiesen. Aber hier muss irgendwo noch ein... Ah, guck mal. 40 Meter entfernt sind die Ziele. Hier unten. Da stehen sie. Ich sehe sie schon. Okay. Da sind sie. Ich gehe aufs Dach wieder rauf. Alter, den Bobby Gurk geben. Ich sehe es. Das ist der Raz, die verpiss sich gerade. Ja. Ich gehe auf die oberne Etage. Der will sie heilen. Der heilt sich auch gerade. Haha. Das war echt gut. Gut gemacht, Thomas. Den haben wir super gejagt. Das war geil. Yo.